Hallo, grüß euch! Ich bin also die neue Gesundheitsbloggerin auf Weekend und ich habe vor euch allwöchentlich mit meinen ganz persönlichen Ernährungstipps und Lieblingsrezepten zu versorgen. Und zwar mache ich am allerliebsten österreichische und vor allem Kärntner Traditionsgerichte, so ganz wie von der Oma, aber halt in meiner ganz speziellen Art. Das kann dann sein, ein glutenfreier Kaiserschmarrn oder Low-Carb-Kasnudel oder ein veganer Kärntner Rheinling und so eine Schmäh halt. Ich bin jetzt nicht irgendwie dogmatisch in eine Richtung unterwegs, aber ich baue das alles in meinen Speiseplan ein und habe einfach irrsinnig gefreut damit. Geschmacklich, muss ich sagen, durch das, dass ich viel experimentiere, kann es durch meine abenteuerlichen Rezepte manchmal total daneben gehen und ich bin aber sehr kritisch und zeige euch nur das, was dann wirklich recht gut schmeckt. Nicht recht gut, ganz gut, ausgezeichnet schmeckt. Mit der Ernährungsthematik habe ich mich schon sehr, sehr früh auseinandergesetzt, weil ich nämlich eine miese Hautkrankheit gehabt habe, die so mit den gängigen schulmedizinischen Methoden einfach nicht auf Dauer los geworden bin. Und dann habe ich meine Fühler halt ausgestreckt in Richtung, was kann ich selber tun. Und so am Ernährungssektor bin ich dann fündig geworden. Ich habe natürlich viel ausprobiert und habe dann so meine Kniffe einfach gefunden, die mir gut getan haben und bin diese Krankheit Gott sei Dank dann echt los geworden. Und außerdem habe ich dann gemerkt, dass der Körper viel leistungsfähiger oder belastbarer und vitaler und unproblematischer worden ist, durch das, dass ich ihm einfach den richtigen Treibstoff zugeführt habe. Und jetzt freue ich mich, dass ich euch meine Tipps und Tricks da einfach zeigen kann. Gleich nächste Woche, in meinem ersten Beitrag, mache ich Erdbeerknödel von der Oma, aber in der glutenfreien Low-Carb-Version. Und ihr werdet sehen, die sind viel bekömmlicher und leichter, haben aber genauso einen guten, unwiderstehlichen Geschmack. Und wenn ihr bis dorthin mehr über mich und meine Rezepte wissen wollt, könnt ihr auf meinem Blog nachschauen. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dorthin wünsche ich euch eine schöne Woche für euch. Bis zum nächsten Mal.